Guten Tag, mein Name ist Susanne Scheuch-Arens. Ich möchte Ihnen heute das Kettlerhaus in Dieburg vorstellen. Okay, Gruppe Sicherheitsrat. Welche Mitglieder hat der Sicherheitsrat? Also die können Truppen hinschicken, die können kämpfen mit Gewalt, aber auch gewaltlos. Mir macht das Lernen hier Spaß, auch in der Wohngruppe, sowie in der Schule. In der Hausaufgabenzeit helfen mir die Pädagogen immer und in der Schule die Lehrer. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe ja auch viele Freunde, mit denen ich auch spielen kann, beziehungsweise auch mal chillen kann. Mithilfe der 260.000 Euro der Deutschen Fernsehlotterie konnte das Kettlerhaus modernisiert werden. Jetzt ist es eine moderne Förderschule für hochbegabte Schüler. Und ob sie gewonnen haben, erfahren Sie jetzt bei den Gewinnzahlen der Wochenziehung. Spaß, Spannung und Erholung für die ganze Familie. Ein aufregendes Wochenende in einem luxuriösen Erlebnishotel in Deutschlands größtem Freizeitpark gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 3716350. Ein Smart Fortu Coupé gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 0900346. Maritim entspannen und zu zweit erholsame Stunden in Warnemünde an der Ostsee genießen. Eine einwöchige Reise in die Yachthafenresidenz Hohe Düne gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 8719416. Einen Smart Fortu Coupé gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 3510163. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 7370373. Herzlichen Glückwunsch! Und kurz vor der Tagesschau sehen Sie die nächsten Gewinner bei der Prämienziehung für das Megalos. Danke fürs Mitspielen! Spielen! Spielen!